Darin, let's play. So. Ah ja. Hier noch nachgeguckt. Jawohl, hier ist schon alles fertig. Ja, ja, Hühnchen, ich weiß, du willst Aufmerksamkeit, aber wir haben im Moment keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir müssen die Hühnerfleischfabrik fennig bauen. Ja, genau. Hast du richtig gehört? Keine Angst, du kommst da nicht rein. Du, Glück gehabt, ich dachte schon. Ach, Mann. So, da haben wir alle. Flop, die, flop, die, flop, die, flop, die, flop, die, flopp. Ein bisschen was abklingen. Ich hab da so wenig Platz hier im Moment. Hier, die achtstärbigen Steine, die wir wieder verhunzt haben. Ja, 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 immer diese Unordnung in der Truhe, ey. Ich hasse es. Mach ich so'n Hals. So'n Hals hier. Die brauchen wir nicht mehr Wir brauchen wir die brauchen wir die brauchen wir die brauchen wir nicht brauchen wir nicht Ansonsten brauchen wir ja alles ja 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 also viel erde brauchen wir auch nicht So viel erde brauchen wir auch nicht fällt mir da gerade auf. So ein bisschen auf jeden Fall. Ja komm hier noch. So Wir jetzt erst zu den Schäfchen weil ich den blauen Teppich benötige benötige Ja, nicht nicht notgedrungen aber möchte ich nicht aber wenn wir schon mal hier sind Ich mache hier auch schon mal einen Weg Ein Wisch So genau so und dann Muss ja hier auch noch ein Weg hin So ja, das ist der Weg. Da kommt ihr gleich noch Kies rein Hier noch so eine Treppe irgendwie so wie da also muss ich auch noch zwei Holz Treppchen gleich holen So blaue Schäfchen wo sind die blauen Schäfchen? Bitte meldet euch Haben wir natürlich nicht. Na ja, da habe ich mir ja schon gedacht Ja egal Ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm wir lassen es jetzt einfach ein paar Schäfchen treiben Nämlich genau 20 Stück Ah nein, 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 nein Hier nehmen wir mal die grauen Wir sind doch schon zehn, oder? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Näh Neun Zehn Jetzt sind hier zehn Gut, dann gehe ich woanders rein Hier war ja noch nicht vollständig so wie es ausschaut War hier, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Gut, hier, ihr zwei, da, die zwei, die zwei, die zwei, und du, und wo ist der letzte? Da Das müssten zehn Stück sein Ich meine theoretisch Äh, ja, also erst mal, erst mal fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Äh, ne, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf Äh, wieso haben wir so viele Schäfchen hier jetzt? Viele Babys Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wieso sechs? Das dürfte nicht sechs sein eigentlich Was macht der denn da im Boden? Das gelitten? Komm da raus Hallo So, ich hab dir geholfen Das war kein Schlag, ich hab dich da rausgezogen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Keine Ahnung warum Warum wir jetzt sechs Stück haben Egal Ähm Wo geh ich denn jetzt hier raus? Die Schäfchen haben ja die doofe Angewohnheit, mir hinterher zu rennen Hier so Schnell, schnell, schnell Raus, 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 raus Bevor die Eltern kommen Schnell Nein, 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 nein Bleibt da drin, bleibt da drin Boah Das war ja jetzt eng Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Das heißt, ich brauche noch Ihr wartet da, ne Ja, ja Feine Schäfchen Die haben wir auch noch nicht Zehn, hab ich so das Gefühl Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Nein, ich zähl nochmal nach Ich zähl nochmal Eins Eins Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Nein, nochmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Ah doch, zehn Gut Zehn Und ich, ich habe davon eine sechs Also brauche ich noch vier Hier, äh, macht man ein Baby? Oder kommen da neuer Dings auch manchmal zwei Babys raus? Ein Schoko-Baby Ja, eins Zwei Drei Drei Vier Müssen das jetzt genau sein Eins, zwei Die Kinderdieb ist wieder unterwegs Drei Vier Jawoll Haben wir doch geschafft So, ähm Gib mal weg, sonst kriegst du die Axt noch im Kopf Raus, 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 raus Jawoll Gut, dann kommen hier direkt die Blauen rein Hier Kann ich da doch wieder in der Hand nehmen? Ne, das geht natürlich nicht, ich weiß auch nicht warum Oder mir fehlt dafür auch wieder mal die Tastenkombination So, jetzt hole ich die anderen noch ab Dann kommen hier die Blauen rein Die Blauen, ja Die Blauen Schäfchen Naja, ihr könnt wegrennen, wie ihr wollt Hier sind sowieso alle Tore zu, hoffe ich Jetzt verschwinden die gleich wieder So, im Sause-Schritt Mitkommen Hier, zu euren braunen Freunden Die tun euch nix Die sind genau wie ihr Die, die haben nur andere Feldfarbe, ja also Kein Grund hier jetzt Panik zu schieben Hör, Mama, Hilfe, die Schäfchen sind braun Pass auf, jetzt gleich seid ihr alle gleich Hier Damit ihr nicht die anderen Schäfchen diskriminiert Die weißen wären ja hier im Überfluss gewesen Das hätte vielleicht nur Ärger gegeben So Aber nicht auf meinem Bauernhof Da gibt's sowas nicht Okay, das passt Ja, dann gehen wir hier raus Perfekt So, und wenn die erwachsen sind, dann können wir die auch schon abbeuten Abbeuten, abscheren Ab heute nicht Nein, am Schäfchen Ja, ja Ja, 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 ja Gut Gut, können wir schon wieder Wo kommt der denn her? Hallo? Hühnchen, wo kommst du her? Sag es mir Wenn du überleben willst Oh Stimmt Für die Skelettarmee da unten Ah, wir müssen mal wieder den Bogen verbessern Wir hatten ja schon mal den Unendlichkeitsbogen Erinnere ich mich so gerade dran Ist ja auch schon so lange her Ja Müssen wir wieder pennen Andauernd hier Nachtmodus, ne? Andauernd So, gemampft So, haben wir eine Farbe mehr Die blauen Schäfchen haben wir nun Oh, 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 schön Schön, 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 schön Da bin ich auch mal gespannt Wann wir das Projekt da abschließen Also, wann wir da alle Farben irgendwie vertreten haben Gibt ja 16 Stück Hab ich ja schon mal gesagt, ne? So, gelb haben wir jetzt hier auch schon mal als Farbstoff Blau auch Ja Das Kann hier wieder rein Irgendwie die Schere Ne, die Schere behalte ich noch Für gleich Das Das Glas Ne, das Glas Das brauche ich nicht mehr Aber ein paar Gemälde Wäre nicht schlecht Ah, da habe ich sogar noch welche Cool Habe ich auch noch Rahmen Nein, da habe ich noch Leder Ich möchte jetzt keine Kuh unbedingt tönen Ja, guck mal, 30 30 Leder Daraus machen wir uns jetzt ein paar Rahmen Die gedenke ich nämlich auch zu verwenden Ja, das nochmal Äh, war das so Ah, ja, so Vier Stück sollten reichen So, vier Rähmchen Dann hier ein paar Stöckelein Ja, so Komm Ach, verdammt Zwei zu viel Habe ich nicht Habe ich wieder nicht mitgerechnet hier Verdammt Zu viel Ja, hier Rein Haben wir wieder zwei Stöckchen im Reserve Ah, ey Ich bin hier auch nur am rumräumen, ne Das Ist doch nervig So So, zwei Holztreppen Die haben wir doch noch irgendwo Ja, hier Zwei Dann Äh Was Was suche ich? Ah, Kies Kies, genau Hier, Kies Kies Ähm Ähm Zäunchen Und hier die 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 Stüffchen Die brauchen wir noch So, dann haben wir jetzt alles dabei Alles dabei Alles dabei Alles dabei Äh, Zäunchen vielleicht noch Also Zauntor Leiter Boah Schlag mich tot Weiß ich gar nicht, ob ich die brauch Ich glaub mal nicht Ich glaub nicht Ah, hier, wir können eine Werkbank mitnehmen Haben wir ja so viele Zwei direkt Können wir da auch irgendwie verwenden Kann man alles verwenden Alles Kein Problem So, wenn ich jetzt hier erstmal den Kies und die Stüffchen verwendet Machen wir erstmal hier das Äußere Also Ach, verdammt Machen wir erstmal den Weg hier fertig Dahin Äh Ja Ich denke Ja, was denke ich Hier so Sieht das aus Ja Ja Kann man machen Kann man machen So Gut Das ist schon fertig Eigentlich könnt ihr noch jetzt hier so irgendwie eine Redstone Lampe hin Hier Ja Habe ich jetzt nicht die Matz für Machen wir dann nachher So Dann Ähm Hier natürlich einen Zaun Damit man da nicht runter plumpst Ah Das ist natürlich wieder falsch Das ist natürlich wieder komplett falsch Ja toll Toll Das sieht natürlich wieder dufter aus hier So Ja so Machen wir so Irgendwie so Äh Ja hier kann ich noch her Oh mein ne Das ist doof Da habe ich doch schon was anderes für geplant Nimm ich Hier so Ähm Da machen wir die Fackeln einfach da Einen dahinter Das dürfte auch gut aussehen Mhm Wollen wir ja nicht geizen Okay Dann müssen wir jetzt hier nochmal Den Berg ein bisschen verschieben Weil so sieht das doof aus Wenn das direkter angrenzt Dann möchte ich dann einen freien Platz haben Genau so Und hier möchte ich aber bitte Erde So Ja ja schon Ist schon besser Ist schon besser so ne Ja auf jeden Fall Auf jeden Fall Da kann sich keiner beschweren So So jetzt Äh Noch einen da hoch Da Oh äh Schaffe ich das so Jawoll Jawoll Ok Ok So Da machen wir nämlich ein Dächlein drüber Damit uns das da nicht reinregnet Da unten In die In die In die In die Treppe da In den Abgang Ich weiß gar nicht was ich hier sagen will Ach Leute 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 Ah Das wird jetzt hier aber Knappe Geschichte Ey Hast ja kaum noch ein Pixel übrig Um da was hinzubauen Aber Ja Ja Komm Kann man machen Ne Sieht ganz Ja Ganz schick aus Irgendwie Boah Ja hier unten muss ich auch noch Was ist das denn hier für eine Ramsch Wahrscheinlich Wahrscheinlich Ich dachte schon Ich dachte schon das Ritztum drunter War ja nicht so Ok Ah hier habe ich auch noch eine Idee Aber Ja komm Das machen wir eben Warum haust du denn da jetzt wieder alles raus Bist du doof? Ja genau Ich bin doof Da habe ich mir nämlich so was vorgestellt So was Spezielles Was ganz Spezielles Wo ich mir gedacht habe Mensch Das sieht schnieker aus Das muss sie umsetzen Ja Das hat nie jeder Ob da unsere Steinstiefchen für reichen Ist so eine andere Sache So Die reichen nie im Leben Also nicht die Die wir jetzt mithaben Glaube ich Zumindest Und wenn wir sie falsch platzieren Sowieso nicht So Ja Ja Toll So habe ich natürlich Ja toll berechnet Ob da mit den Fackeln so nett aussieht Auch so Weiß ich nicht Das werde ich sehen Das ist alles sehr experimentell Ja toll Da geht ja gar nicht Scheiße Scheiße Ne Das ist auch viel zu viel an Fackeln Das sieht nicht aus Lassen wir das so Wie es war Hier eine drang Da eine Da eine Von mir aus hier noch Äh Ja Ja Hier dann noch Weil hier noch ein bisschen dunkel erscheint So Ja so muss dann reichen Wenn ich das hier ganz schön Hier so dieses Dieses stufige Hat was finde ich Sieht nicht so langweilig aus Die Wand Also ist jetzt nicht ultra hübsch Das Das gebe ich zu Aber Ist was anderes Mal Mal ein anderes Irgendwie Ja Weiß ich nicht Element Was wir da reingebracht haben So die Frage ist jetzt Wie hoch Wie hoch muss Ja Ja hier muss es So hoch Da muss es genau so hoch Und nicht weniger Aber hier auch Ne Hier doch nicht Ne Das kommt drauf an Wie ich mich hier drin wohlfühle Soll hier schon die Decke drauf Oder soll hier noch ein Meer Ne Hier kommt noch ein Meer Und dann erst die Decke Also so Und dann die Decke So und dann die Decke